ja hi leute herzlich willkommen zu einem neuen video GTA 5 da sind wir wieder mit Michael unterwegs keine ahnung wo ich jetzt hinlaufe ach da steht ein Auto gut wir machen hier die Mission B ist jetzt nicht so ganz weit weg so irgendwo steht da das Auto mal kurz hinlaufen da ist es ja perfekt so und ich könnte schwören dass da das Radio an ist jetzt aber nicht mehr irgendwie das letzte mal nicht funktioniert mit dem einstellen so wie sieht eigentlich das Auto von innen aus so oh Vorsicht aber müssen wir da abbiegen ja wo müssen wir da hin perfekt weil ich bin echt schon gespannt wann GTA 6 rauskommt ist ja bestimmt spannend aber ich glaube ich werde ich weiß nicht ob wir das hier mit reinbringen GTA 6 also diese hier die Map hier oder die Region also die Map hier sowieso nicht aber so bis in die Region hier mit dem mit dem santa muni cup hier ist es glaube ich ne hier äh sind wir hier richtig aber das sind wir glaube ich ne ah ja okay wir sind richtig perfekt ich wusste jetzt nicht ob man oben lang oder unten lang fährt aber wir sind richtig FIB ich glaube ich glaube ich war so ein bisschen auch gefakt von FBI äh müssen wir jetzt hinlaufen zu dem Tisch oder was ach geht der jetzt wieder von alleine? ne müssen wir doch laufen ok ok schön geknallt Leute sieht man das? sieht man das? kohohoho da i love it i gotta remember to write that down and to shoot you in your head you know you dick hehehe Andres taking notes? this stuff wow you're magic i should put it on my show have you seen my show? you mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? so well done with our uh our friend mr. K my pleasure i love helping our government wage war especially with itself but you made a mistake did I cupcake why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe the joke stopped now pal you will show me and my team some respect maybe you could define team for me is that just the three of you? or the greater f.i.b. or the entire government? because i'm tempted to argue that thus far we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect and why don't you start with me, genius you got it pal there's already a cool sun in the middle of the michael the michael there is i did what agent Norton said then i guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake you are my boy now amigo my career depends on this and that's very important to me so seeing as we're all boys now that makes it important to you now run along kids see there you go dave you can't have no bug, nutrients let's go we can't run we can't run we can't run in dave's auto i can't run, guys i can't run, go it's not it's not yeah, sure, sounds nice and secluded kind of place you'd run in off the books operation, huh? so what? so i bet federal ain't on the deed, that's so and we all like our federal government open and transparent so i'm just a puppy eh, do I run or do Dave? or who is that? i think Dave, right? that means i run, right? oh, ouch so 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 nice radio house so i need you to make a couple of calls get some people on here 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 how long? hey, i barely know that kid he's fixing up my car call him oh, two and a half kilometer, guys two and a half kilometer two and a half kilometer vor Uckis geht eigentlich noch okay oh, we have to go here i would have to go here i would have almost driven this ain't the best time, i'm kinda busy hey, sorry about that listen, you know that thing we talked about before? it's happening i need you to come to a lot off El Rancho not far from where we met before alright, that's cool i'm in L.S. anyway autobahnen kann man ja auch schnell fahren das ist ja dann schon besser als durch die Stadt zu fahren that's a dumb move, Dave real fucking dumb just worry about the plan, okay? getting Mr. K. out of the IAA station Clinton is going to be positioned across the street keeping an eye out Clinton? haben die gerade clip? unverstanden wir müssen jetzt hier ab die links ah, die liegen auch ab, okay ah, hier waren wir doch letztes mal auch hier hat die Mission doch geändert oder zumindest hier irgendwo ein Helicopter? müssen wir jetzt fliegen oder was? und es ist ein anderer K.G. Motherfucker, okay? nicht du! hey, T! genug mit dem politischen Bullshit hh 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 Unmachbar. Aber der Junge, der leuchtet meinem Halbbruder. Wir wohnen so gegen ihn los. Die wollten sich gegenseitig irgendwie leuchten. Am 8 Uhr, glaube ich. Haben wir 8 Uhr? Ich glaube schon. Wir werden diese Scheiße glücklich machen und gehen weg von diesem Ding weg. Verstehen wir das? Loll, sowas. Fliege ich jetzt doch nicht? Schade, oder doch? Ich habe mich so gefreut. Ah, ich fliege doch. Ähm... Was machen die denn jetzt? Der hat sich so angezogen, als wenn er jetzt in die Bank rüberfallen würde, oder sowas. Ne, nur aufzusteigen. Ah ja, August kennt ja alles hier, so. Ich weiß auch, wie mein Heli fliegt. Aber der Ding sieht aus, ne? Okay. So, keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Sieht auf jeden Fall spannend ausgesetzt. Ja, ich weiß auch, wie mein Heli fliegt. 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 Und ich weiß auch, was weiß auch, wie mein Heli fliegt. Und ich weiß auch, wie mein Heli fliegt. Okay, cuff. Okay. Okay! Okay! Keep her steady! Keep her steady! Hey! I'm missing it! I'm missing it! Okay! Ha 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 ha! You think we can't do that? We can! It's in our guidelines. I don't know what you are talking about! I'm stuck! It's in my equipment! Not surveillance! Grab his other arm! No, 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 no! Autsch, das hat bestimmt wehgetan. Was machen die denn da? Oh Gott, jetzt wird's interessant. Bist du mir diese Station, ich bin nicht fertig mit Mr. K. Hey, ich habe drei Leute hier, sie sind auf der Weg. 36, ich habe dich. K ist hochwertig, benutze Prejudice. Hold on! Er hat Unterstützung! Komm her! Nein, nein, nein! Hey, gib uns alle hier! Was ist das für dich? Hey, ich habe dich! Komm her, nein! Komm her, nein! Und jetzt ist er noch mehr. Hallo, ich kann nicht sehen. Oh, verkehrt. Oh, scheiße, ich sehe schon. Oh, scheiße, ich sehe schon. Was sind die ganzen Feblis? Oh, den habe ich erwischt. Den habe ich schön erwischt. Oh, den habe ich erwischt. Den habe ich schön erwischt. Hä? Ich höre immer noch was, aber warum schießen? Hä? Ist er noch gar nicht mehr? Hä? Franklin ist tot? Hä? Natürlich, klar, wiederholen. Der Armin Agent ist ein act of war. Wir sind klar, um dich zu engagieren. So? Hey, ich bin klar. Wie ist es? Good work. Ich will nicht beschädigen dich, Mike. Aber du solltest du etwas über die Choppers machen, bevor wir aus dem Schnee sind. Oh, oh, scheiße, scheiße. Ich bin tot! Du bist in, du bist gut. Good work, oldtimer. Oh, er hat mich auf, aber noch hat ihn. Ein weiterer, schrauben ihn. Suicide attack. Das war das, was recht. Ich schlau. Ich schlau. Ja, gut. Sit nach und Spaß. Das ist die Art von der Arminie? Ich verstehe, wir wollen ihn, Mann. Okay, see, take us back to the lot. Rass her, Commander! Ah, ich muss weg! Okay, ich fliege jetzt weg, Leader. Da ist der Gellpunkt. Lande auf, Hubschrauber! Lande... Hubschrauber auf, was... Oh, wir müssen gleich schon landen. Ich glaube, wir fliegen mal lieber ein bisschen weiter runter jetzt. Wir müssen gleich schon landen. Wir müssen ja schon runter. Guck. Perfekt kann ich fliegen, umschaubar. Ist doch einfach. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Haben wir jetzt wahrscheinlich schon geschafft, die Mission. Ah, das ist eine echt geile Mission, muss ich schon sagen. Im Moment sind irgendwie krasse Missionen, die ganze Zeit schon. Bringt irgendwie richtig Spaß. Haha, in bed with the Bureau, and a new running buddy. Yeah, he's more of a protégé. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, ah, look at this, ah, new city, new set of problems, but the idiots, ah, they stay the same. Yep, I guess. Alright Trevor, I'll see you later. Ah, you better believe it, buddy. Äh, tschüssi Trevor. Haben wir es jetzt geschafft? Okay, abschießen. Hehe. Nee, Spaß. Wir haben es geschafft jetzt, oder? Ah, okay. Drei sind eine Gruppe. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat die Mission gefallen. Das Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Wird mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.